hallo zusammen bald ist es soweit am 24 sechsten erscheint das neue viktoria 3 dlc sphere of influence ich darf das dlc bereits testen und spielen und kann ich so viel sagen es macht super viel spaß und ich freue mich euch hier ankündigen zu dürfen dass ich euch exklusiv das neue dlc bereits zwei tage vor release euch live auf meinem twitch kanal vorstellen kann ich werde euch also am 22 6 bereits um 14 uhr zeigen wie die neuen mechaniken so aus dem im dlc was mit den macht blöcken und interessens gruppen auf sich hat wie die foreign investments funktionieren also die auslands investition und 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 um das ganze auch noch ein bisschen spannender zu machen habe ich mir folgendes überlegt wir machen eine kleine multiplayer runde draus in dem wir etwas kompetitiv diese ganzen neuen mechaniken kennenlernen werden denn was ist besser um mechaniken kennenzulernen wenn man das im wettstreit mit anderen macht seid also am 22 6 um 14 uhr live dabei um euch das neue dlc anzuschauen und zu sehen wie wir euch die ganzen neuen mechaniken vorstellen und bisschen spaß wird bestimmt auch dabei sein wenn wir im wettstreit miteinander sind in dieser kleinen aber feinen multiplayer runde die ich da zusammengestellt habe also nicht vergessen release 24 sechster vorstellung des dlcs auf meinem twitch kanal bereits aber schon am 22 6 um 14 uhr in einer kleinen multiplayer runde ich freue mich auf jeden fall auf euch und bis dann